Das digitale Zeitalter hat längst begonnen. Auch der Finanzsektor befindet sich mitten in einer disruptiven Transformation. Erste Ausprägungen wie Online- oder Mobile Banking zeigen, dass sich das Kundenverhalten stetig ändert. Neue Player- und Geschäftsideen dringen in den Finanzmarkt ein und stellen diesen für große Herausforderungen. Organisationen wie Amazon, Apple Pay oder Google stellen den Markt auf den Kopf und beeinflussen das Kaufverhalten sowie den Umgang mit den persönlichen Finanzen. Die traditionelle Bankenwelt verändert sich. Weg vom klassischen Filialgeschäft hin zum individuellen Kundenkontakt. Unterstützt durch digitale, vernetzte und mobile Services. Disruptive Transformation verlangt nach veränderten Geschäftsmodellen und innovativen Ideen. T-Systems ist bereit, Sie und Ihre Kunden auf diesem Weg zu begleiten. Rechnung einscannen, archivieren und mobil bezahlen. Der persönliche Finanzmanager macht es Ihren Kunden ganz einfach, die Finanzen zu organisieren und zu verwalten. Maßgeschneiderte Kreditangebote erfüllen kurzfristige Finanzierungswünsche Ihrer Kunden. Rasche und unbürokratische Abwicklung erlaubt ein spontanes Kauferlebnis. T-Systems ist nicht nur ein starker Partner, um Ihr Kerngeschäft stabil und sicher laufen zu lassen. Als Systemintegrator mit lokaler Fachkompetenz begleiten wir Sie im digitalen Wandel. Nur wer Verbindungen schafft, kann Ideen vernetzen. We speak banking.